Das passt schon. Before Dashman, es ist immer fatal, wenn du mit Profis spielst und Dashman, du bist Profis per Definition, dann wirst du halt gematcht mit Verrückten. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ich meine, gerade eben haben wir ja wirklich gut überlebt. Die haben uns halt nur ein bisschen überrascht, aber im Prinzip haben sie schlecht gespielt, aber auch der schlechteste Spieler trifft die halt irgendwann mal. Das stimmt, ja, das stimmt. Wobei, um ehrlich zu sein, also ich, so viel easier finde ich jetzt die Waffen nicht, aber ich habe, glaube ich, auch zu wenig bisher gespielt, als dass ich einen Unterschied hätte merken können. Ich habe noch nicht oft genug abgedrückt bisher. Ja, was ich gerne spiele, ist Arcade. Okay. Arcade ist richtig geil. Wenn es nur um Rumgeholze geht, ist das Beste, was es gibt. Du machst ein Hörbuch rein, so die unendliche Geschichte. Drehst die Lautstärke vom Game auf zwei runter, oder was? Und dann hörst du die unendliche Geschichte und lurchst mit der Schuflinde durch die Lage hallen, oder so. Das ist schon gut. Das hat dann was meditatives. Das ist anders als Battle Royale. In Battle Royale spielst du immer schwitzig. Ich glaube, sie sind allein. Alle Fenster sind barrikadiert. Das finde ich irgendwie ein bisschen nervig. Bei der Map. Die Gitter an den Fenstern, die finde ich fatal eng. Ja, in manchen kommst du halt nicht rein, das stimmt. Da kommst du vor allem nicht raus. Das ist das, was mir ein bisschen zu Sorgen bereitet. Keine DP 28, da schon her. Auch schon lange nicht mal gespielt. Die große Ump-Debatte, wie wir es jetzt noch nennen müssen. Das ist das, was wir jetzt noch nennen müssen. Oh, wir müssen über die Brücke. Ja, da sind wir ja prädestiniert jetzt. Wir sind jetzt ziemlich weit runtergesprungen. Wir könnten... Was ist besser, Boot oder über die Brücke mit dem Auto? Oder auf der Brücke abcampen und alle wegmachen. Ja, okay. Auch eine Theorie. Wir zählen ja nur die Möglichkeiten auf, die wir haben, ne? Oh, M24. Na ja, ich probier's mal wieder. Braucht er nur einen Scope dafür, weil das ist... Mangelware hier. M24, was meinst du für ein Scope? Äh, 8er oder 6er. Ja, auf 4er reicht auch schon. Zur Not. Vorher waren wir extrem Füßkups, jetzt dann gar keiner. Es war... Vorhin war der von der Berg da gelegen, ne? Wobei das war beim Erangel früher immer so. Also Gergopol war immer gesteckt voll mit dem Zeug. Okay. Deswegen sind da auch immer so viele runter, ne? Ja, aber ich fand's halt witzig, wie gerade eben der Flieger, ähm, das Ding einfach drei Kilometer ins Meer reingeschmissen hat. So, die... die Crate. Auto? Ah, ne, das... Okay. Sind wir selber. Sehr gut. Kämmt der jetzt die Brücke ab, oder? Wir holen uns dann ein zweites Auto und dann schauen wir mal. Da steht noch eins. Okay, warte mal. Nein, nimm du das andere Auto und dann blockieren wir die Lücke. Mal schauen, wie viele doof genug sind, da runterzufahren. Da vorne ist noch eins. Ja. Ich hol die andermal. Ja, ne, what the fuck near hat's gecheckt, dass wir unterwegs sind. Ich hol's gerade noch einen. Mal zwei 2er-Teams. Passt. Ich hol's gleich das nächste Auto und ich weiß ja nicht, wie viele da jetzt rüberkommen bei der Brücke, ob's... Aber hier sind wir, haben ein bisschen Spaß. Ja, top. Also wir nehmen die Autostellen, die alle nebeneinander und... Wir blockieren die Brücke halt, ne? Ja, I like the idea. Ja, du sagst, wo ich's hinstellen soll? Ja, da vorne ist so eine Betonmauer. Ja, das gefällt. Ja, das wäre geil. Ja, das wäre geil. Jetzt schauen wir mal noch. Genau. Ach, wie schön. Ja, das haben wir doch gut gemacht. Ja. Wir wollen jetzt gleich hier hinlegen, oder was? Äh, ich würd' mich ja eigentlich lieber irgendwo aufs Berg legen und mit einer Sniper draufrotzen. Was? Tu das, was du dich nicht aufhalten kannst. Äh, ich hab bloß nix zum Snipern, weil auf keinen, nicht immer ein Visier. Ich auch nicht. Tu irgendwas. Nächste Fahrzeug. Ja, das probieren wir jetzt aus, ganz ehrlich. Das will ich jetzt ja wissen, was passiert. Sonst machen sie immer nur die anderen. Ja, eben. Wir drehen jetzt mal den Spieß um, ganz ehrlich. Sieht ein bisschen aus wie mein Macsitz hier gerade im Moment, muss ich sagen. Hat jemand ein Extended Mac für eine SMG, ne? Nee, ich brauch's selbst. Ich brauch's selbst. Ja, passt schon, passt schon. Ich glaube, ja, ich hab eins. Ah, das ist genial. So, jetzt bräuchten wir nur noch Handgranaten und so Zeug, ne? Smokes und so. Ja, Smokes vielleicht nicht unbedingt, aber ich hab nur ne Flashbang. Ich hab jetzt aber nicht wirklich viel Munition. Das wär halt so witzig, wenn einfach keiner über die Brücke fährt, so. Wir sitzen dann so da, so wie beim Killcafen das letzte Mal, als wir Brücken campen wollten. Und dann hat er einfach nie mitgekommen müssen. Außer so ein Panzer und der ist dann durchs Wasser gefahren. Ah, die Seltengänge gibt's noch gar nicht. Oh, ne Brücke. Da hätt ich jetzt auch fleißig rumgelootet, aber das kann man sich schenken, ganz klar. Haben die alle die E-Mail nicht bekommen, dass es ein Brückengame wird oder was? Was ist da los? Jetzt geht's los. Ich hör was. Du, wenn wir vom ersten Team weggemacht werden, ne? Das wär halt so ultra peinlich. Und nicht unrealistisch. Ne. Ich guck mal ganz kurz da unten, ob's da nicht irgendwo einen Scope gibt. Ganz kurz. Falls du einen Extended Like für eine Knarre findest für eine SMG, dann bitte mit mir. Ach, die Dinger gibt's gar nicht. Da ist einer. Kommt einer. Das war ja langweilig. Der war ja schnell draußen. Der hat die Macht... War eine C4 drin? Das war ja langweilig. Da hast du es so richtig dem angesehen, dass es für ihn gerade eine frustrierte Nummer ist, weil er diese... Diese... Diese Auto... Ja, das ist gut. Ja, das ist eine gute Idee. Nehmen wir das 4S... Das SMG-Mag mit. Oder nicht? Aber ich hab bis 4S gehoffert. Felix jetzt, ha. Wir müssen weiter. Das ist ja mega lame hier. Wir müssen weiter. Naja, wir haben Autos da. Wir haben Autos da. Wir können auch bitte warten hier, ne? Wir warten noch. Wir warten noch. Wir nehmen dann die Autos und fahren weiter. Kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier so ultra den Aufwand gemacht haben für einen Headshot. Ja... Egal. Aber der war ja auch instant tot, ne? Hat er keine Freunde mehr gehabt. Und ja, und das Auto hat auch schon ein bisschen geraucht. Also das war irgendwie nicht sein Tag, glaube ich. Ja, nein, du hast da keine Chance. Ja, vor allen Dingen, du hast ja gesehen, der fährt geradeaus auf die Wand an Autos zu. Und der war schon völlig frustriert. Ich hab eben mit dem Zielkreuz sogar, glaube ich, Tränen auf seinen Augen gesehen. Warte mal, da gibt's doch irgendwas dafür, ne? Genau das. Ja, also Leute, fünf Autos auf der Brücke, ne? Ja. Ja. Ja, war schön. War schön. Da kommt einer. Kommt einer mit zu Fuß. Da hinten ist er. Ah ja, okay. Wir haben noch keinen Scope. Jetzt muss ich noch rüber. Lassen wir uns nicht mal so weit kommen, wie es irgendwie geht, ne? Die sind jetzt da. Am Beef. Das Auto kommt. Anlegen. Jawoll. Was, 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 wenn ich die wär, dann würde ich jetzt ins Wasser hüpfen. Das kann er nicht überlebt haben, ne? Ja, einer kann dann mal schauen, irgendwie, ob einer... Ich lieg, ja kauere nach und? Ja, ich schau auf einiger Wasser. Ne, da ist noch eine Rauch aufgegangen, hier. Tatsächlich, da ist noch einer Das ist halt echt noch einer unten Da ist noch einer Ne, doch nicht Doch Na, willst dann doch noch was Happy Looting Oh, das war doch schön Ja, wunderbar Alter, Scopes Ach, das Scope, jawolla Und jetzt sterben wir in der Zone Ne, jetzt nehmen wir auch Lust zu hauen ab Ich glaube, WTF näher freut sich hier gerade voll Ja, ich muss eine Waffe wechseln Ich brauche noch irgendwelche Extended Mags oder irgendwas Braucht Munition Das hat halt echt keiner Dings da Also hier sehen wir Munition ohne Ende Ja Jetzt kannst du auch mal einen Extended Mag haben Ah, ja, 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 bitte, bitte, bitte Ich lege es irgendwo da, wo man es findet Hinter dir Let's go, let's go Ich hau mal 22 in den Kofferraum hier Seid ihr alle drin? Zitronas? Ja, ja Wunderschön, wunderschön Ja, vielleicht, dass du die Straße da entlangfährst und dass wir so reingehen Weil jetzt ist auch schon wurscht Hey, lass mal das so machen Ich muss mich bandagieren Ich kann nur gerade fahren jetzt Achso Nicht mal das Mach mal mal nach rechts Versuch mal hier rein zu kommen Boah, jetzt brauchen wir Treibings Skills hier Nice Shit Was machen wir jetzt? Kommen wir hier durch? Hallo? Ah, 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 ah Nach links Verbinden und fahren gleichzeitig Nervig Die DP-28 ist nett, aber das Magazin von einer 249 ist halt viel besser Ja, ja Und vor allen Dingen habe ich auch das cool, die Ruckel ohne Ende, ne? Ja, die kannst du im Liegen nur sehr gut benutzen Wir fahren hoch, ne? Daran denken, das, was du vorhast, hat eine andere Schlau vor Hm Wenn man mit dem rechnet, dann passt das Da hast du recht, jetzt wird's gehässlich Bleib mal hier, oder? Ah, ein Störsender, wunderbar Sollen wir's Auto mitnehmen, oder nicht? Geh? Ach, nö, komm Geh mal da rechts entlang Ja Aber der Nummer 1 macht auch sein Ding Ja, dem Kfelsbaus Hallo? What the fuck? Der denkt sich, what the fuck, Bridge Game Darf ich fragen, von wo du bist, Deschmann? Ich komm aus Ingolstadt Ingolstadt, okay Da ist noch ein Auto, aber ich glaube, das ist jetzt nichts für uns Oh shit, wir müssen über die freie Fläche, das ist nicht gut Wir haben nur eine Flashbank Da läuft einer Einmal gehittet Oder Marker, rein, rein Was frisst denn der? Der hat einen 3er Helm aufgehabt Oder Marker ist einer Boah, das sind zwei Einer genockt Boah, das hat, glaube ich Da ist, sind beide hinter der Kante hier Sind aber nur zu zwei, glaube ich, die zwei Dudes Müssen jetzt raus aus der Zone Oh Jetzt müssen sie raus No Am Auto Ich weiß, ob ich sie jetzt nicht Da hinten fallen sie dann los Ja, Drop auf 60 Sind wir jetzt ins Wasser gefallen? No Ich glaube, da hinten in die Klippe rein Also viel haben sie immer Irgendwo Vor uns Ich sehe es ja nicht, ich höre es, ne? Moment Schalte Dudes Direktoren Roter Marker ist wer? Oder? Ne Ne, 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 ne Roter Marker, das war nur Aus der Richtung habe ich es gehört Okay, okay Smoke, Dope Da unten, Christian, eine Gb mehr Drop Brauer Marker Ganzes Team Boah, shit, der Bullet Drop Einer bei mir Beide, alle tot Gut gemacht Push noch eine rein Oder Marker Haben Von unten schießen, Achtung Sind da noch welche? Von unten Da unten sind welche Die waren bei der Grade Vor uns Blutzaun Was ist das? Da ist noch ein Gegner Hier in deinem Baum Hier in deinem Baum Oh, shit Von rechts Bist du ehrlich beschossen? Oh, ich mach, ich mach Oh, das ist hässlich, klar Da hinten ist er Da Ist draußen Da sind sie von zwei Seiten Einer von rechts Und einer von links Ich glaube, ich kann euch nicht holen Habt ihr Smokes? Ich hab nur Flashbang Na ja Dankeschön Danke Shit, jetzt haben wir gelitten Wir müssen da runter Hilft nix Einfach pushen Scheiß drauf Egal wie Ich glaub, ich hab's echt hundert Links von uns geht's ab Aber das ist gut Da müssen wir uns nicht einmischen Der Vorsteller auf Schaust du Siehst du, ne? Hinterm Haus ist einer Der springt drin Draußen Draußen Was ist der Crash? C4 Haben wir noch? Scheiß, ist C4 im Haus Raus, 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 raus Nice Wir haben nur noch 35 Schuss für die SMG Wir haben nur noch 35 Schuss für die SMG Wir haben nur noch zwei Gegner Ja, einer links, einer rechts Zwei einzelne Bitte keine Granate jetzt Alter Schalter Ich hab geflasht anstatt zu killen Aber es hat trotzdem gereicht Schönes Ding Das war ein geiles Match Was ist der? Läuft